Neun Gründe, warum du dir ein Eigenheim kaufen solltest. Podcast Folge Nr. 57. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen helfen mir für das Ranking und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Inhalten von Geldbildung.de erreichen. Wie in der letzten Podcast Folge angekündigt, heute eine Podcast Folge mit neuen Gründen, warum du dir ein Eigenheim kaufen solltest. Ich sage es gleich mal vorweg, diese neuen Gründe zu finden, war für mich deutlich schwieriger, wie neuen Gründe zu finden, warum du dir kein Eigenheim kaufen solltest. Am Ende bin ich dann doch schließlich auf neuen Gründe gekommen und wenn du noch weitere Gründe hast, die ich jetzt nicht erwähne, die für dich, für den Kaufer eines Eigenheims sprechen, dann schreib mir doch diese weiteren Gründe an info.geldbildung.de. Du findest alle Links und eine Zusammenfassung der heutigen Podcast Folge unter geldbildung.de slash immobilie minus kaufen Wie auch in der letzten Podcast Folge, es geht nur um den Kauf einer Immobilie als Eigenheim, also zur Selbstnutzung und nicht um den Kauf von Immobilien zur Vermietung. Lass uns direkt einsteigen. Die Gründe sind nicht angeordnet in Bezug auf die Bedeutung oder die Wichtigkeit, sondern einfach zufällig angeordnet. Der erste Grund ist für mich, dass eine eigene Immobilie automatisch im Sparverhalten diszipliniert. Was meine ich damit? Im Sparverhalten diszipliniert eine eigene Immobilie insofern, als dass die meisten ja einen wesentlichen Anteil der Immobilie über Kredit finanzieren. Das bedeutet, wenn du 50 bis 80 Prozent des Betrages für die eigene Immobilie über einen Kredit finanziert hast, dann musst du dich diszipliniert verhalten. Die Kreditrate an die Bank musst du monatlich bezahlen und kannst diese nicht einfach pausieren, wie es beispielsweise bei einem Sparvertrag ohne Konsequenzen der Fall ist. Je nachdem, wie eng die Finanzierung ist oder eben wie viel finanzielle Luft du pro Monat hast, wird es dann wirklich disziplinierend. Es gibt ja auch die Menschen, die das ganze Leben lang, also 30 Jahre oder länger, eben für das eigene Häuschen sparen und eben die Rate abbezahlen und in dieser Zeit auf alles verzichten. Und das ist genau eben dieser Disziplinierungseffekt. Sie verzichten auf alles, sie müssen auf alles verzichten, um eben diese Sparrate, um die Kreditrate für das Haus eben sich leisten zu können. Das kann im Einzelfall natürlich ganz anders aussehen, aber in der Tendenz ist es ja vielleicht schon so, dass je mehr Einkommen jemand hat, desto größer wird dann das Haus und desto höher wird dann auch entsprechend auch die Kreditrate eben für das Haus ausfallen. Und dann hat man eben wieder einen großen, einen hohen Disziplinierungseffekt. Der Grund Nummer zwei für eine Immobilie ist für mich, dass eben kein Eigenbedarf angemeldet werden kann. Wenn du dir eine Immobilie kaufst, eine Wohnung oder ein Haus, dann kann natürlich kein Eigenbedarf angemeldet werden, weil du der Eigentümer bist. Es gibt ja keinen Vermieter. Du bist dein eigener Vermieter und deswegen hast du eben nicht die Gefahr, dass irgendwann der Vermieter Eigenbedarf anmeldet und du beispielsweise mit deiner Familie aus- bzw. umziehen musst. Der Grund Nummer drei für mich, warum du dir eine Immobilie kaufen solltest, zur Selbstnutzung, also als Eigenheim, ist, dass du im Alter keine Miete mehr bezahlen musst. Eins ist klar, wenn die eigene Immobilie abbezahlt ist, dann musst du keine Miete, keine Kreditraten mehr bezahlen und kannst dir das Geld quasi sparen. Wenn du hingegen immer zur Miete wohnst, dann hast du natürlich auch im Alter die Miete als Betrag weiterhin. Als Eigenheimbesitzer hast du natürlich keine klassische Miete und eben auch keine Kreditrate mehr, wenn das Haus finanziert oder abbezahlt wurde, sondern eben auch nur durch die Nebenkosten, gegebenenfalls eben Versicherungen für das Haus und Renovierungskosten. Ich glaube, das ist für viele Menschen ein großes Argument, weil man natürlich im Alter in der Regel weniger netto zur Verfügung hat, wie eben wenn man noch arbeitet, weil es besteht ja immer diese Lücke letztlich zwischen dem letzten Netto und dem Geld, was man dann letztlich als Rente, jetzt egal ob gesetzlich oder durch irgendwelche Zusatzrenten erhält, in der Regel wird man da eine gewisse Lücke haben und diese Lücke kann man natürlich dann leichter auffangen, wenn man eben im Alter keine Miete mehr bezahlen muss und deswegen eben weniger pro Monat letztlich für Wohnraum bezahlen muss. Der Grund Nummer 4 für mich, warum man eine eigene Immobilie kaufen sollte, ist, dass man in die Immobilie guten Gewissens investieren kann und diese auch individualisieren kann. Das bedeutet, nachdem dir das Haus oder die Wohnung ja gehört, kannst du ja auch zum Beispiel irgendwelche Sachen ganz individuell dir herrichten, ohne eben Angst zu haben, dass du dann letztlich von diesen Investitionen nichts hast, weil du vielleicht eben irgendwann aus der Wohnung rausgehen musst und dann eben diese Investitionen, die du getätigt hast, nicht wiederbekommst oder eben Geld verlierst, weil dir der Vermieter das nicht in gleichem Maße honoriert, wie eben diese Investition dich letztlich an Geld gekostet hat. Der Grund Nummer 5 ist für mich, dass man von keinem Vermieter abhängig ist. Das bedeutet, wenn du ein Eigenheim hast, dann bist du natürlich unabhängiger in dem Sinn, dass du eben nicht mit einer dritten Partei noch etwas zu tun hast in Bezug eben auf dein Mietverhältnis. Du kannst dort tun und lassen letztlich, was du möchtest. Du hast auch nicht das, dass zum Beispiel der Vermieter ein Anrecht hat, die Wohnung oder das Haus zu sehen etc. Du bist der Eigentümer, du kannst entscheiden, was passiert und bist in diesem Sinne eben unabhängiger. Der Grund Nummer 6 ist für mich, dass viele eben sagen, man kann sich richtig wohlfühlen. Man hat eben etwas Eigenes, wie man so gerne sagt. Etwas Eigenes haben ist eben für viele eng verknüpft mit dem Eigentum an diesem eigenen und das hat man natürlich nur, wenn einem die Immobilie selbst gehört und nicht, wenn man zur Miete wohnt. Das ist für mich ein Grund, warum ich denke, dass viele eben eine Immobilie kaufen oder eben in einem Eigenheim wohnen wollen und deswegen habe ich den Punkt hier eben aufgeführt. Der Grund Nummer 7 ist für mich, man möchte den Kindern ein Zuhause bieten können. Das ist für mich auch ein emotionaler Aspekt, was ich mir aber bei vielen vorstellen könnte, dass sie eben das vom Gefühl her gut finden, wenn sie eben was Eigenes haben, wo eben die Kinder dann auch aufgewachsen sind etc. und eben das wirklich im Eigentum ist und man eben nicht nur dort zur Miete wohnt. Der Grund Nummer 8 ist für mich, man möchte den Kindern etwas vererben. Das bedeutet, man bezahlt das Haus ganz lange ab und dann irgendwann ist es abbezahlt und dann können die Kinder das eben irgendwann erben. Und ich glaube, das ist auch ein emotionaler Punkt, weil es gibt vielen Menschen vielleicht ein gutes Gefühl, dass man eben etwas überlässt und die Kinder eben dann selbst in das Haus einziehen können oder wie auch immer auf jeden Fall, dass man ihnen eben dieses Haus übergeben oder vererben kann, wo sie letztlich zum Beispiel auch aufgewachsen sind. Der Grund Nummer 9, warum man ein Eigenheim kaufen sollte, ist für mich natürlich auch der Aspekt, dass es eine gute Geldanlage sein könnte. Ich betone könnte, wenn man natürlich in der richtigen Lage, zum richtigen Zeitpunkt eine Immobilie kauft, dann kann es natürlich auch eine gute Kapitalanlage sein, auch als Eigenheim. Wie gesagt, dieser Punkt, dieser 9. Punkt ist eben mit Anführungszeichen zu sehen und der ist eben an ganz, ganz viele Punkte oder ganz, ganz viele Fragezeichen gekoppelt. Aber letztlich natürlich, es gibt auch Leute, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat. Zum Beispiel natürlich, wenn man im Bereich München vor 10, vor 15 Jahren eine Immobilie gekauft hat, dann wird es sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass heute eben das Haus oder die Wohnung deutlich mehr sein wird, weil wir eben in den letzten Jahren, gerade jetzt die letzten 3, 4 Jahre, weil da die Immobilien eben deutlich am Wert angezogen haben. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Jetzt für dich nochmal in der Übersicht die 9 Punkte, die für den Kauf einer eigenen Immobilie, die für den Kauf eines Eigenheims sprechen. Der Grund Nummer 1 war die Disziplinierung im Sparverhalten. Es kann kein Eigenbedarf angemeldet werden. Man muss im Alter keine Miete bezahlen. Man kann investieren und individualisieren, weil man ja nicht herausgeschmissen werden kann. Man hat keine Abhängigkeit gegenüber einem Vermieter. Man kann sich wohler fühlen und hat etwas Eigenes. Man hat ein richtiges Zuhause für die Kinder. Man kann etwas vererben. Mit viel Glück und in guten Lagen kann es auch im Wert steigen. Das waren jetzt diese 9 Argumente, die für den Kauf eben einer Immobilie sprechen. Aus meiner Sicht, ich sehe ganz klar die 9 Argumente, die gegen den Kauf eines Eigenheims sprechen, die sehe ich als deutlich stärker und für mich persönlich auch als deutlich realistischer einfach ein. Weil ich glaube, dass diese 9 Punkte zwar, die jetzt für den Kauf einer Immobilie sprechen, die sind zwar so plausibel und nachvollziehbar, aber es sind eben sehr, sehr viele weiche, sehr, sehr viele emotionale Gründe. Und ich glaube, dass es nicht rational ist, im Durchschnitt sich eben ein Eigenheim zu kaufen. Wie gesagt, im Durchschnitt und nur nicht rational und das nur in Bezug eben auf die finanzielle Situation. Ich möchte damit nicht sagen, dass man eben sich kein Eigenheim kaufen sollte. Man sollte eben nur wissen, dass es aus meiner Sicht eben mehr Argumente dagegen sprechen, aus rationaler Sicht, wie eben für den Kauf einer Immobilie. Es kommt dann einfach auf die Gewichtung drauf an, weil der finanzielle Aspekt ist natürlich nur ein Teilaspekt. Wenn einem beispielsweise die emotionalen Aspekte so viel wichtiger sind, also man diese quasi höher gewichtet, dann kann man ja trotzdem für sich zum Schluss kommen, dass man sich eben eine Immobilie kaufen will, weil eben diese 9 Punkte vielleicht, die wir heute besprochen haben oder auch andere Punkte noch, weil die eben die entscheidenden Punkte sind. Man muss sich aber eben trotzdem die anderen Punkte anschauen und für mich ganz, ganz wichtig ist eben der Aspekt des Klumpenrisikos. Ein Eigenheim ist ein enormes Klumpenrisiko, weil es in der Regel eben einen Großteil des eigenen Vermögens ausmacht. Das muss man sich einfach bewusst sein und das bringt eben auch Risiken, auch wenn diese 9 Punkte vielleicht plausibel und nachvollziehbar sind und gerade auch der letzte Punkt, Man kann Geld verdienen, natürlich kann die Immobilie auch im Wert steigen, aber es ist halt ein enormes Klumpenrisiko, man hat keine Diversifikation und das muss man sich einfach alles vorher überlegen, das muss man sich eben vorher bewusst machen und dann entscheiden. Wenn diese beiden Podcast-Folgen, also die Nummer 56 und die Nummer 57, da wollte ich dir jetzt einfach mit diesen 18 Gründen, eben die Hälfte dafür, die Hälfte dagegen, einfach vielleicht ein paar Gedankenanreize setzen, dass du eben mal drüber nachdenken kannst, was sind denn Gründe, die du bisher vielleicht gedacht hast, was sind vielleicht für dich neue Gründe und dann vielleicht eine noch bewusstere, eine noch bessere Entscheidung treffen kannst und du kannst mir eben sehr gerne an info.geldbildung.de noch weitere Gründe schreiben, wenn du eben noch Gründe für den Kauf eines Eigenheims hast oder auch Gründe dagegen, dann schick mir doch eine E-Mail und dann können wir einfach darüber nochmal weiter diskutieren. Du findest eine Zusammenfassung der heutigen Folge, wie gesagt unter geldbildung.de slash immobilie minus kaufen. Wie du gewohnt bist, möchte ich auch heute die Podcast-Folge Nummer 57 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Danny Kay. Geld alleine macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Immobilien und Grundstücke dazu. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.